Noch ein Tabu? Ja? Oh Schatz, das hat gar nicht aufgenommen. Ist doch aufgehört. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video auf Deutschlands beliebtesten Kanal. Nicht! Tobi hat mich gerade auf die Idee gebracht, beziehungsweise hat mir gesagt, ich soll doch ein Video machen, wie ich diese leckere chinesische Nudelsuppe esse, die er mir angeboten hat. Sie soll ein bisschen scharf sein, so wie ich mitbekommen habe. Er hat sie selber schon probiert und hat gesagt, es hat ihm seine Rosette weggebrannt. Dadurch, dass ich ja so schärfe, unempfindlich bin, nicht, soll ich die ganze Suppe jetzt auch mal essen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Banne. Und du hast es wirklich komplett gegessen. Ich habe alles aufgefressen. Ich muss wirklich sagen, also mein Mund, der war sehr, sehr taub. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Johnny Hunt, der mir das im Paket geschickt hat. Ich habe das vor meiner Diät gegessen, sonst hätte ich jetzt mit ihm zusammen jeweils eins gegessen. Wir hätten so eine kleine Challenge draus gemacht, aber ich bin zurzeit auf Diät. Soll ich nachher zu mir kommen? Ne, mein Kreuz ist, oh geil, mach mal Hose auf. Es war sehr, 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 sehr scharf. Also wirklich, ich habe rotz und spucke und alles. Mein Gesicht war komplett rot. Die Lippen, die haben sich angefühlt, als wäre das Pimmelschor. Ja, die waren komplett, die waren dick, die waren dicke Lippen. Ich habe dicke Lippen, dicke Lippen. Ja, komplett rot, alles war irgendwie offen und es war schrecklich. Es war schrecklich. Geil. So, ihr habt es gehört, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze bei mir aussehen wird. Noch ein bisschen warm. Das letzte Mal scharf habe ich vor, alter, mir brennt jetzt schon im Mund. Jetzt mal keinen Spaß, so hier auf der linken Seite brennt sie mir jetzt schon. Viel Spaß. Oh, geil. Ist die noch warm überhaupt? Die dampft. Okay. Ich habe Angst. Ja. Nicht alle Frauen, die dampfen, sind auch noch heiß, ne? Das stimmt allerdings. Aha. Aber ich habe echt Angst. Wie isst man die, wie so Spaghetti? Ja, aber ich würde, ganz ehrlich, mit einem Löffel würde ich auch ein bisschen Soße noch, weil das ist das Beste an der ganzen Sache. Oh, nice. Hast du schon einen Löffel gegessen? Nee, nee. Ich versuche noch Zeit zu schütteln. Junge, der stinkt, Alter. Ja, der muss stinkt. Mahlzeit. Jetzt kommt es. Ist gar nicht scharf. Ich hoffe, du hast das Mikrofon angemacht, ne? Ja, ich glaube schon. Auf minus 10? Ja. Du musst alles aufessen, ne? Das ist nicht scharf. Und die Suppe musst du am Ende auch noch auflöffeln. Ja. Ja, ich habe alles gegessen, letztes Mal, alles. Aber du hattest nicht so viel Suppe. Ja, deswegen warst du bei mir hochkonzentrierter. Doch. Weniger Wasser muss sich auflösen. Einfach die Schnauze halten. Bitte bespritzt nicht mein Gehäuse. Danke. Musst du da durch? Äh, da muss. Aber gut. Nein, die ist nicht scharf. Oh, nicht ins Auge. Nee, geil. Du musst mal deinen Finger da reintunken und dich dann an der Eichel berühren. Ich habe mir schon eine Soße, Real-Life-Story, mit 1,5 Millionen Scoville. Jetzt kannst du ja ausrechnen, Tabasco hat 6.000 Scoville. Ich bin auszusehen an die Eier geschmiert und ich war frisch rasiert. Oh, geil. Das hat mir alles weggebrannt. Alles selbst wissbrennt. Und wenn ich noch zeugungsfähig bin, dann ist das ein Wunder. Wenn du Kinder bekommst, dann kommt es auch noch scharf aus der Wage daraus geschmissen. Ja, geil. Seh ich einfach fertig aus? Ja. Seh ich fertig aus? Alles gut. Kommt alles mit rein. Oh, geil. Er gönnt sich halt richtig. Alter, ist das ein gutes Zeichen, wenn ich jetzt schon furzen muss? Ich glaube nicht. Warte mal in einer halben Stunde, Mensch. Dann hat deine ganze Hose nicht voll geschissen. Darf ich Cola trinken? Nein, auf keinen Fall. Das hat Kohlensäure. Nein, gönnt ihr. Kohlensäure ist voll gut, Mann. Richtig gut. Deine Adern an deiner Stirn, die sind schon richtig on fleek. Oh, ihr Wichser. Kennen die ja mehr. Weißt du, wie das brennt? Ja, weiß ich. Ich weine. Ja, ja, ich habe auch geweint. Das Geile ist, wenn du dann versuchst, mit deinem Finger, der vorher an der Soße war, in deinem Auge rumzurühren. Das ist unfair, ich hatte auch keine Tempos. Du musst Nasen putzen. Ich habe auf den Boden gerotzt. Weißt du, eine Nase noch zu. Kann man das rausschneiden? Es ist nicht scharf, oder? Ja. Hier. Hey, das sind meine Witz-Tüche. Alter. Das ist Dauer. Das geht nicht mehr. Alter. Alter. Darf ich das zeigen? Oh, Blut, Junge. Ich weine nicht, ne? Da kommt, Alter, Soße mit raus. Ich weine nicht. Junge, du hast da eine Träne, die runterläuft. Alles gut, ich weine nicht. Weinst du, oder ist es der Regen, der aus deiner Augenhöhle läuft? Läuft. Erzählt mal was. Ah, ihr schaut ja das Video und kein Livestream. In einer halben Stunde bist du so mattig in deinem Kopf, weil du weißt ja, da wird alles weg. Zwiebeln. Hola, meine... Alter, ich schwör. Ich bin so schärfeempfindlich. Mir kannst du den Peperoni hinlegen und ich heule. Aber das... Ich glaub, ich krieg einen Harten. Ja. Ich spür meine Lippen nicht mehr. Ich würd sagen, so gegen Ende erstmal Schwanz reinhalten, ne? Aber sowas, Leute. Das kann ich aber nicht auf dem Kanal. Das muss ich auf Chris, seinem YouPort-Kanal, bringen. Ich mach deinen ganzen Tisch dreckig. Ey? Grüße gehen raus an meine Mutter, die jedes Mal kommt sauber machen. Echt Grüße, ey. Deine Mutter ist cool. Ja. Ich mag deine Mutter. Hört sich scheiße an. Also, ich hätt nix dagegen, wenn wir so nen Vater Sonntag machen. Echt? Ich hab meine Lippen brennen. Bisschen rot. Dein ganzes Gesicht ist sauber. Geht noch. Das war mein schönes Schlaft-T-Shirt. Na ja, jetzt ist es dein veredeltes schönes Schlaft-T-Shirt, was übrigens 45 Euro gekostet hat. Ich weiß gar nicht warum. Warum tue ich mir das eigentlich an? Mittlerweile gewinnt man sich dran. Also eigentlich habe ich alles gegessen, ne? Ich kriege einen Anruf. Grüße geht raus an Oskar. Silte ist aufgegessen. Trink das mal. Bist du behindert? Trink das mal. Wenn ich das jetzt trinke, habe ich es geschafft. Aber komplett leer schlürfen. Bist du behindert, Alter? Ey komm, mach das weg. Kannst du mich hier auf dem Boden aufkratzen, ne? Bei deinen ganzen Spotzflecken und was weiß ich. Ich schwöre, das ist gar nicht so scharf. Aber mit Nudeln. Ja. Da hängt noch eine Nudel an der Gabel, Mann. Die muss auch mit. Nee. Ja, ich ächste es nicht. Doch. Ich heiße nicht ächste. Das ist wie Tomatensoße mittlerweile. Du wirst ein bisschen scharf. Es ist scharf. Das ist scharf. Alter. Was macht man nicht alles für Klicks? Was macht man nicht alles für Klicks? Das ist gut. Es ist leer. Ich würde sagen, wenn das Video nicht ein Like nach, äh, Daumen nach Kopf, fickt euch. Äh, Entschuldigung. Dann darf ich das rein? Doch, da hast du es. Das war nicht ich. Künstlerische Freiheit. Wenn es... Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst... Wacht doch mal. Dann lasst da ein Like da und drückt da auf den roten Knöppel, ne? Hehe. Dankeschön. Und danke fürs Anschauen. Grüße gehen raus an Johnny Hand. Die Soße ist geil. Schackgüsell. Machts gut. Hauts rein. Und bis bald. Ciao. Oh. Sehe hier irgendwie fertig aus. Ich nehm doch auf. Geil. Bis bald.